Egal, einfach segeln, wie es aussieht. Will ich mich verarschen? Gehen wir einfach mal hier hin. Ich wusste, dass es schwierig werden würde. Wann war es denn einmal einfach? Wie oft hatte ich schon auf meinen unzähligen Körperfahrten dem Tod ins Auge gesehen. Aber das, was mir da mit seiner hässlichen Fratze entgegenblickte, überstieg meine kühnsten Vorstellungen. Jetzt gibt es keinen drinnen mehr. Dein Körper gehört mir. Männer, Attacke! Wir werden geändert! Hey, pass auf! Ich halte hier die Stellung! Ähm... Was zur Menge war... ...das jetzt... ...irgendwas hat mich gekillt... ...wann das jetzt... ...spiel ich jetzt auf Schwer-Schwer oder was? Was so? Einfach irgendwo hier... ...äh... Ach, das ist jedes Mal die Sprengfalle, oder was? Dann nehm ich ihm den anderen Weg. Dann nehm ich ihm den anderen Weg. Okay, den Weg kann ich gar nicht nehmen. Ich halte hier die Stellung! Oh... ...k Casse... ... зам, der... ...wann mal die여 Sul ...kissiert 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 was ist denn das jedes mal so die leiche schlägt mich zu sehen was da gestanden hat ab wie 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 steht für wix wappler so und noch mal Wir werden geentert! Hey, pass auf! Ich halte hier die Stellung. Eddie braucht deine Hilfe! Komm rüber! Oh Gott, eine Schwertwaffe. Nein, ich bin ein Magier. So, jetzt kommt der Ticker. Okay. Was willst du von mir? Lappen. Das war ein, äh, das war Kapitän Crow. Äh, ein Schattenwächter. Normalerweise sind die eher nicht so leicht zum Killen. Aber der tat irgendwie nichts. War definitiv eine langweilige Seeschlacht mal wieder. Crow ist endlich besiegt. Das war ein hartes Stück Arbeit. Ja, aber es hat sich gelohnt. Auf Crows Seekarte ist die exakte Position der Totenkopfinsel eingezeichnet. Dort hat das Ganze übel begonnen. Ich wette, dort werden wir auch Nekroloth finden. Wir sollten uns rüsten und unserem Feind endgültig den Garaus machen. Also, ich wär bereit. Jetzt hält uns nichts mehr auf. Pfff. Komm mit. Ja. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Nein, sind wir sogar, äh, ach so. Alles klar, Käpt'n? Hey, klar. So, Crow ist ja blatt. Was sagt Petri dazu? Hey. Nichts. Wie sieht's aus bei dir? Alles gut. Ich werde mein bestes Ge... Gut, okay. So, dann kann ich speichern. Das ist die Totenkopfhöhle. Also. Besuchen wir die einfach mal. Wir haben jetzt mit so nichts anderes zu tun. Ich bin mir sicher, also wenn der Negro Manta, wie auch immer noch mal heißen mag, wirklich ein Titanenlord ist, wird interessant werden. Er wird sicher von Schattenlords ebenso bewacht werden. Aha, alle sind auf Denzel. Das ist ja cool. Das heißt, ich kann alle mitnehmen oder haben sie sich hier eine Basis errichtet? Einfach runterspringen? Nö. Schiff an Land. Schiff an Land. Schiff an Land. Schiff an Land. Soll die Frauen nicht kicken hier. Wer bist denn du? Achso. Die Schlacht bringt mich auf Gedanken. Du hast Menschenversuche durchgeführt? Tzi, so nennen es die Gutschos. Kidlat nicht stolz auf seine Geschichte, aber Vergangenes ist vergangen. Heute ist Kidlat hier und versucht seine Sünden wieder gut zu machen. Kidlat will tun, was er kann, um Gutschos in diesem Kampf zu helfen. Okay. Sieht echt schlimm aus hier. Ich hätte mich für diese Kacke nie melden sollen. Also wir haben hier einen Haufen, weiße Leute. Wovon redest du? Wovon ich rede? Schau dich doch mal um. Hier kann man sich vor lauter Schattenfüchern ja kaum aus dem Lager trauen. Als gefragt wurde, wer sich um die Ausrüstung kümmern soll, hätte ich wirklich meine Hand unten lassen sollen. Jetzt setze ich hier fest in dem Mist. Hm. Hm. Du hast Angst? Natürlich hab ich das. Hier gibt es nichts. Nichts zu fressen. Keine Menschen außer uns. Hier gibt es nur den Tod. Ich wünschte, ich wär in ner Kneipe. So ne Kacke. Hm. Weichei. Ach komm schon. Jeder hat Angst hier draußen. Ausrüstungsleiter ist doch ein guter Posten. Hast du es denn nicht mitgekriegt? Was denn? Wir haben uns völlig verrechnet. Die Dämonenjäger waren dafür zuständig auszurechnen, wie viel Nahrung und Waffen wir brauchen. Wir haben viel zu wenig von beidem. Jetzt bin ich der Arsch, der entscheiden muss, wer eine neue Waffe bekommen darf und wer nicht. Zum Glück brauche ich keine. Hast du schon einen Plan? Nicht weit von hier steht ein Waffenlager dieser dunklen Brut. Wenn wir das einnehmen könnten und den Weg dorthin gesichert hätten. Tja, aber das ist nicht ganz einfach und momentan kann ich hier niemanden entbehren. Ja, dann werde ich das wohl übernehmen. Oh, okay. Ich werde die Schatten im Waffenlager für dich töten. Damit würdest du uns allen einen riesen Gefallen tun. Wenn wir ausreichend Waffen haben, werde ich dir auch eine geben. Dann brauche ich ja nicht mehr knauserig sein. Das ist immer noch ein bisschen was. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wir beobachten dich, Zivilist. Zivilist? Ich würde wohl ein Erbsmall haben. Was genau hast du den Gucos angetan? Keine schöne Geschichte. Will Gucos das wirklich hören? Kiddler spricht nicht gerne über seine Vergangenheit. Hm. Bring mir dein Wissen bei. Lass sehen, was Kiddler dich lehren kann, Gucos. Es gibt allerdings Dinge, die Kiddler dich nicht lehren wird. Es gibt Bereiche, von denen sollte niemand etwas wissen. Dieses Wissen wird Kiddler mit in sein Grab nehmen. Wissen wird Kiddler mit in sein Grab nehmen. Kiddler, wir gehen. Wissen wird Kiddler mit in sein Grab nehmen.